Crowley geht mal wieder mit seinem Hund Gassi und hat ihn wieder nicht unter Kontrolle. Ich hab's ja befürchtet. Den kann man auch einfach nicht mit Hunden alleine lassen. Es geht... Es geht einfach nicht. Der ist da einfach zu düsselig für. Hallo. Bewegst du dich? Danke. Okay, das Ganze scheint einen etwas anderen Schwierigkeitsgrad anzunehmen, was ja auch so sein soll. Ihm, 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 ihm. Kann ich hier noch irgendwas bewegen? Es wäre schön, wenn... Hier unten. Es wäre so schön, wenn ja. Den kann ich da ja nicht hinschieben. Hier oben. Ich würde da mal schauen, wie ein Schiriker. Gut, wenigstens habe ich hier schon mal recht passendes Spielzeug dazu bekommen. Ähm... Wenn nichts an der Tatsache ändert, dass ich irgendwie schon wieder nicht so richtig... Hab ich denn so... Oh, nee, sonst hab ich noch den Colt. Den brauche ich jetzt gerade nicht so richtig. Ähm... 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 Ja... Das sehe ich gerade nicht. Ich... Ich habe ja die Hoffnung, dass ich das Spiel... Da... Nein, du... Meldet, wenn ich irgendwas... Äh, ne? Wenn sich nichts mehr bewegen ließe. Ich weiß nicht, ob ich alleine diese Hoffnung habe. Wahrscheinlich. Nimm doch mal den Hund aus meinem Gesicht. So kann doch kein Mensch nachdenken. Denken. Okay, so langsam kriegen wir hier wieder ein bisschen Bewegung rein. Aber immerhin. Ähm... Sagte sie und dann bewegte sich wieder gar nichts mehr. Das... Ja, das kommt halt dabei raus, wenn man Crowley mit seinen Hunden spazieren gehen lässt. Der hat diese Biester nicht unter Kontrolle. Doch, hat er eigentlich schon, ne? Hat er. Natürlich hat Crowley seine Hundchen unter Kontrolle. Seine Hunde lieben ihn und er liebt sie. Was sind du mal Höhenhunde? Da machst du nix dran. Und die tun eben nur das, was sie wollen. Auch so ein Ding, in dem man nix machen kann. Sind halt Höllenhunde und keine Schoßhündchen. Ne? So. Dass wir das auch nochmal geklärt haben. Ich fürchte ja leider, dass ich hier anders nicht gegen diesen ganzen Krempel ankommen werde. Das ist nämlich jetzt wieder so ein... So ein Level, an dem man tatsächlich Ewigkeiten hängen könnte. Oh, das klang schön. Das klang ganz super. Das klang so nach Knuddelmilch. Ich bin ein Höllenhund und ich möchte Liebe. Ja, ja. Auch Höllenhunde wollen geliebt werden. Man mag es nicht glauben, aber doch. Das kann jeder nachempfinden, der arbeitet und schäffert. auch Höllenhunde wollen Liebe. Ha. Die machen es einem schon deutlich leichter. Ja. 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 Scheiße. Ja. Wie sieht man kann? so und so und dann so so und so und so und so und so und so wissen, was da noch so alles auf mich zukommt. Es wird nicht schöner, verfürchte ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab keine Zeit mehr. Kommt, wir trinken Zeitdrang, anders geht's grad nicht. Dafür bin ich jetzt hier schon so weit und vor allem ahne ich, dass ich danach irgendwas an Goodie kriege, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Das hat ja super viel gebraucht. Äh, ich hab das nicht gut abgeschätzt. Ah, 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 ah. Meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit. Sie rennt mir weg. Oh Gott sei Dank, das war knapp. Das war fucking knapp. Das war sehr knapp. Oh Gott, so. Oh Gott, so. Ich bin ja mal gespannt, ich sammle ja noch Punkte, ob ich noch... ...noch irgendwas dazukriege. Ich weiß es nämlich. Also... ...ne Waffen wahrscheinlich ja nicht mehr. Ich krieg ja zur Zeit nur noch so... ...dies und das brauchst du und das und das. Ne, ich fang wieder bei 0 an. Ja, no. Es wär ja schön, wenn man da auch noch irgendwas für gekriegt hätte. Also, keine Ahnung. Aber da hab ich wohl alles, was ich hätte sammeln können, zusammen. Was ja irgendwie auch schön ist. Ja, macht mir ja auch Mut auf das, was da noch so kommt. Das klingt wenigstens mal nach einem Höllenhund. Mensch. Ja, wie glücklich mich das macht. Crawley, ich fang dir dein Schätzchen mal kurz wieder ein, ja? Leider musst du vermutlich damit rechnen, dass ich's dir umbringe, aber es ist nix Persönliches. Ich weiß, sie wollten nur spielen. Boah, das verstehen die meisten leider nicht. Die denken dann aber gleich, oh mein Gott, das ist ein Monster, weil es nicht so ist wie wir. Dabei will die einfach nur knuddeln. Das tut mir sehr leid. Wirklich Crawley. Gibt's bitte nicht persönlich. Ja, man kann sich ja nochmal mal... Das ist schön, dass mich jemand... Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht. Das ist schön, YouTube. Kannst du jetzt bitte aufhören, hier ständig aufzupoppen? Was ist denn das? Ekliges hier. Ich freu mich, wenn mich Menschen abonnieren, aber... Bitte nicht so aufdringlich. Ich will mich nicht auch leise abonnieren. Vor allem ist das jetzt auch gleich voll so de-Abo, nachdem, was ich hier einfach gerade alles so von mir gebe. Nach dem ganzen Quark, den ich hier rede, sind die Leute einfach auch ganz schnell wieder weg. Weil die sich denken, boah, was labert die da eigentlich für eine Scheiße den ganzen Tag. Ja, mein Gott, was soll ich denn machen? Deswegen seid ihr doch hier. Ich schwachsinn erzählen, weil ich Geschichten schreibe. Okay. Anders kann ich mir eure Anwesenheit hier in diesem Spiel nämlich auch nicht erklären. Außer, dass ich halt einfach viel misserzähle. Ach Gott, ja. Und sonst so bei euch, alles klar. So, weg. Nerv mich nicht mehr. Okay. Ich glaub, das sind immer zehn, ne? So zehn Level und dann, ne? Hab ich so, das Gefühl. Äh, Gabriel, ich freih mir mal eben kurz den Schwert aus. Na, danke. Da du dich ja die meiste Zeit irgendwo verkriechst, darf ich dann mal kurz, ne? Hast du doch bestimmt nix dagegen. Ehrlich gesagt weiß ich schon wieder nicht, wie fast das macht. Okay, das macht sehr viele lustige Dinge. Stell ich gerade fest, das ist, äh, recht cool. Das sollte ich öfter benutzen. Wenn ich die Schürrste Chance dazu kriege, Hallo, Hunni. Hunni, ich komme. Und dann spielen wir zusammen. Und das wirst du mit Sicherheit total doof finden, wenn wir miteinander spielen, mein Hunni. Weil ich mir nicht sicher bin, ob du das überleben wirst, mein kleines Hunni. Das ist gar nicht schade für mich. Eigentlich fand ich Höhlenhunde immer sehr niedlich. Meine sind halt immer noch Hunde. Ich habe mich sowieso mal gefragt, warum man in der Hölle sich Hunde hält. Aber ich muss, wie gesagt, das, ich verstehe da auch so manchen Engel nicht. Von daher, warum, warum sollte ich ausgerechnet Crowley verstehen? Den alten, miese, petrigen Crowley, der sich am Ende opfert, um alle zu retten. Gerade den. No way. Da steht keine Sau. Hallo, könntet ihr bitte aufhören hier? Nee, ich würde gern zumindest das Ding noch mit den Schwertern noch einmal wieder vollkriegen. Danke. Damit ich das mit ins nächste Level nehmen könnte. Könnte ja eventuell noch mal notwendig werden. Du, da muss auch noch einer. Nicht gesehen, sowas. Ach, na komm. Einen kann ich noch. Da sind wir bei 84. Und dann kommt das große Finale. Das kann ja spannend werden. Nicht. Dann kommt der letzte und dann ist irgendwie einfach Schluss. Ist das, und das war's dann? Flissgames, ernsthaft? Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich meine, klar, wir spielen immer noch den gleichen Charakter, aber irgendwie... Ansonsten hat das ja überhaupt nichts mit Nightfall zu tun. Gar nichts. Da hätte man auch eine Laura Hastings hinsetzen können und das... Das wäre das gleiche Spiel gewesen. Das finde ich ein bisschen schade. Dazu, äh, weiß ich nicht. Muss man sich dann nicht brüsten, dass es was mit Nightfall zu tun hat. Aber, wie gesagt, ich hab ja noch... Bin ja noch nicht am letzten Kapitel. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ich geb ja bis zum Schluss nicht auf. Da kann ja wirklich noch immer irgendwas... Irgendwas kommen. Weil, ich meine, deswegen hab ich's mir gekauft. Weil vorher dann auf Facebook... Ja, und hat mit Nightfall zu tun. Und da denkt man sich... Wow. Geschichte wird endlich mal ein bisschen besser aufgelöst. Befreue Volltrottel wie mich, die's einfach nicht verstanden haben. Den wollte ich auch gar nicht haben. So. Von dem her ist natürlich die Hoffnung immer noch groß, dass da irgendwas passiert. Nein, voll technisch. Vielleicht begegnen wir uns letzten Feind dem Clown. Äh, Poltergeist hatten wir schon noch. Sinn hätte es auch noch... Vielleicht sogar noch gemacht, tatsächlich. Da hätte ich wahrscheinlich noch nicht mal was gesagt. Wenn wir die Mutter der Familie gespielt hätten, die da vorher gewohnt hat. Also nicht die von der Victoria Miller, sondern... Ähm... Ich weiß gar nicht, wie... Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Auf jeden Fall die, die da ausgezogen sind und deren Kinder dann bei uns im Haus rumgespuckt haben. Wenn die das wäre... Vielleicht bin ich auch einfach gerade nur komplett falsch informiert und müsste mir das alles nochmal genau durchlesen. Aber irgendwie... Ich muss es nochmal lesen. Vielleicht... Alleine von der Stimme her... Sind wir die, die wir das letzte Mal Nightfall auch gespielt haben. Die Victoria Miller und... Wenn wir denn wenigstens die geworden wären, die dann da, ne? Die vorher die Kinder da verloren hat. Das hätte Sinn gemacht, dass die dann halt gesagt haben, komm, so ein blöder Poltergeist hat irgendwie meine Kinder umgebracht. Und deswegen will ich jetzt an sämtlichen übernatürlichen Dingen Rache nehmen. Und, äh... Das hätte man sich zurecht schustern können. Das hätte in meinem Kopf Sinn ergeben. Aber in meinem Kopf haben wir damals Victoria Miller ja gerettet. Sie stand ja vor dem Haus und ihre Kinder waren noch überhaupt nicht da. Da gibt's da auch noch einen zweiten Teil zu, der vielleicht mal erklärt, was dann da passiert ist. I don't know. Wäre irgendwie ganz angenehm. Naja, das ist... Das ist... Ich weiß auch nicht. Wissgames hinterlässt dann... Die... Die Leute gerne mit dicken, fetten Fragezeichen im Kopf. Da brauchst du jetzt doch gar nicht so rumschreien. Das ist einfach so. Ich hätte bei Pumfied Drive ein fettes Fragezeichen im Kopf. Ich hab jetzt irgendwie... Ich bin... Weiß ich nicht. Bin ich zu dumm, um da hinterher zu kommen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht auch das? Äh... Halte ich nicht für unmöglich. Dass ich einfach... Den Absprung nicht kriege, um da gewisse Dinge zu verstehen. Das ist... Denkbar. I don't know. Ich lass mich überraschen. Wir haben... Okay, ich bin jetzt... Okay. Okay. 85. Also haben wir insgesamt 100... 100 Level? Okay. Nee. Wir müssen nur noch 10 sein. Also es kommen noch zwei Gegner. Ich bin gespannt. Was ist das so... Aber nochmal... Und... Ich bin...